Der britische Schauspieler Idris Elber machte kürzlich Schlagzeilen, weil er niemand Geringeres als Prinz Harry und Meghan Markle daran gehindert hatte, die mit Spannung erwartete Londoner Premiere des Dokumentarfilms Bob Marley, Von Love zu stürmen. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung sorgte für Stadtgespräch und es schien, dass nicht einmal das Königshaus der Faszination widerstehen konnte. Elber's überraschendes Eingreifen verhinderte jedoch einen unangekündigten Auftritt des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Lassen Sie uns in diese faszinierende Geschichte eintauchen und die Details hinter Elber's Entscheidung und die Reaktionen, die sie auslöste, erkunden. Die Premiere fand in einem prestigeträchtigen Londoner Theater statt und zog eine Menge hochkarätiger Prominenter, Musiklegenden und Mitglieder der königlichen Familie an. Bob Marleys Vermächtnis hat die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt berührt und diesen Dokumentarfilm zu einem mit Spannung erwarteten Ereignis gemacht. Es scheint jedoch, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex andere Pläne hatten. Berichten zufolge wollten Prinz Harry und Meghan Markle, die kürzlich von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten waren und nach Kalifornien gezogen waren, unbedingt der Premiere beiwohnen. Der kürzlicher Abschied von der britischen Königsfamilie hatte großes Interesse und Spekulationen hervorgerufen, und es schien, als wollten sie bei der Premiere einen großen Auftritt hinlegen, um ihre neu gewonnene Unabhängigkeit zu stärken. Idris Elber, der berühmte Schauspieler, der für seine Rollen in Luther und DeWire bekannt ist, war eine der Schlüsselfiguren bei der Organisation der Veranstaltung. Als enger Freund der verstorbenen Regie-Ikone Bob Marley war Elber maßgeblich daran beteiligt, den Dokumentarfilm zum Leben zu erwecken. Angesichts seiner tiefen Verbundenheit mit dem Projekt ist es kein Wunder, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, dafür zu sorgen, dass bei der Premiere weiterhin Bob Marleys Vermächtnis gewürdigt wird. Quellen aus der Nähe der Veranstaltung gaben bekannt, dass Elber einen Anruf von Prinz Harry selbst erhalten hatte, der seinen Wunsch geäußert hatte, an der Seite von Meghan Markle an der Premiere teilzunehmen. Elber traf jedoch die mutige Entscheidung, ihren Antrag abzulehnen, und bestand darauf, dass die Veranstaltung eine Feier der Musik von Bob Marley sein sollte und nicht von der Anwesenheit des Königsbares überschattet werden sollte. Elbers Entscheidung lässt viele über die Beweggründe hinter seinem Handeln rätseln. Einige spekulierten, dass er die Integrität den Veranstaltungen wahren und verhindern wollte, dass sie zu einem Medienrummel rund um Prinz Harry und Meghan Markle wird. Andere meinten, Elber wolle eine Botschaft darüber aussenden, wie wichtig es sei, sich auf die Kunst selbst und nicht auf den Promistatus der Besucher zu konzentrieren. Was auch immer die Gründe sein mögen, Elbers Fall fand großen Anklang beim Bewusstsein und in der Öffentlichkeit gleichermaßen. Robo ihn sehr für seine Integrität und lobe sein Engagement, Bob Marleys Vermächtnis zu würdigen. Die Social-Media-Plattformen waren voller Diskussionen über Elbers Entscheidung, und Hashtags wie Respekt der Art waren weltweit im Trend. Allerdings gab es auch Kritiker an Elbers Vorgehen und argumentierten, er habe die Gelegenheit verpasst, den Dokumentarfilm einem breiteren Publikum vorzustellen. Sie glaubten, dass die Anwesenheit von Prinz Harry und Meghan Markle erhebliche Medienaufmerksamkeit hervorgerufen und das Bewusstsein für die Veröffentlichung des Films geschärft hätte. Dennoch erweist sich Elbers Entscheidung letztlich als klug. Die Premiere von Von Love war ein durchschlagender Erfolg, sowohl bei Bekanntheit als auch bei Kritikern, die es als kraftvolle Hommage an Bob Marleys musikalisches Genie feierten. Die Veranstaltung zeigte die atemberaubenden Bilder des Dokumentarfilms, aufschlussreiche Interviews und seltene Aufnahmen des legendären Musikers und versetzte das Publikum in Staunen. Als die Nacht zu Ende ging, war Elbers Entscheidung, Prinz Harry und Meghan Markle daran zu hindern, die Veranstaltung zu stürmen, kein Diskussionsthema mehr. Der Fokus hatte sich auf Bob Marleys bleibendes Erbe, seinen Einfluss auf Musik und Kultur und die Bedeutung der Feier von Künstlern ohne die Ablenkungen der Promikultur verlagert. Idris Elbers gelungener Schachzug, um den Herzog und die Herzogin von Sussex von der Londoner Premiere von Bob Marley, Von Love fern zu halten, erwies sich als entscheidender Moment für die Veranstaltung. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, die Heiligkeit künstlerischer Ehrungen zu wahren und Bob Marleys Musik erneut in den Mittelpunkt zu rücken. Er ist in der Zeit, wie wichtig es ist, die Heiligkeit künstlerischer Ehrungen zu verraten, die Heiligkeit künstlerischer Ehrungen zu verraten. Vielen Dank.